Hinten ist noch ein bisschen Platz, ansonsten hier an beiden Seiten ein bisschen als Linie im Spalier stehen. Es ist für jeden genug Platz. Die wichtigsten Menschen heute, aber sie gehören zu dieser Hochzeit dazu. Deshalb möchte ich um einen kräftigen Applaus bitten für Johanna und Sergej. Einen kräftigen Applaus für unser Brautpaar. Und wir möchten jetzt mal probieren oder mal testen, wie gut kennt ihr eure Gäste. Ich denke, das kriegen die beiden bestimmt hin. Deshalb würde ich jetzt euch, liebe Gäste, eine Eigenschaft zeigen. Immer, also ich zeige sie allen. Und wenn ihr diese Eigenschaft besitzt, dann bitte ich euch einmal aufzustehen. Okay? Okay. 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 Okay.